Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Council. So, wir sind ja hier. Es ist gerade mit meiner Kamera los. Sie geht gerade irgendwie ein bisschen schleppend, okay. Er wollte ja mit uns noch reden. Ich muss erstmal gerade wieder reinkommen. Ach ja, oh, der Vogel. Der liegt immer noch da. Gut, wir haben ja auch nichts sonst anderes zu tun, außer, na gut, komm. Reden wir mit ihm. Louis, ich wollte dir persönlich bedanken. Ich liebe, was du getan hast, um Herr Perus' Leben zu retten. Du hast uns alle eine wunderbare Lernstunde in Courage gegeben. Nicht nenne es, mein Herr. Du hättest das gleiche getan. Ich war nur schneller. Ah, Humilität ist eine gute Qualität, Herr. Woher ist er jetzt? In seinem Raum. Ich habe ihn verletzt. Ich will ihn nicht versuchen, seine Leben wieder zu retten. Oder, besser gesagt, einen von den Gästen zu retten. Wenn in Gefahr ist, Herr Perus ist sicherlich ein gefährlicher Mann. Warum hat er ihn dann eingeladen und warum hat er große Angst vor Mortimer? Oh. Er hat er auch noch nicht verletzt. Er hat er verletzt, in einer Weise, in einer Weise? Er hat er von ihm verletzt. Er war sehr schade. Und es wurde mir verletzt, in seinem Arbeit. Unsere Zusammenarbeit war wahrscheinlich zu einem Ende. Aber ich habe noch nicht mehr Gefühl, dass er ihn nicht mehr verletzt hat. Aber ohne dich, mehr Unterstützung, mehr Geld. Es war ein Ende zu seinen Socialen. Äh, ich werde es mir überlegen. Ich werde es mir überlegen, Lui. 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 Sei mein Guest. Aber ich hoffe, dass Ihre Argumenten sehr, sehr persuasives sind. Denn ich bin nicht derjenige, der nicht auf Ihren Seite ist. Oh, sicherlich, ich arbeite. Sehr gut, dann. Ich sehe Sie später, mein Lord. Okay, dann wollen wir mal zurück auf unser Zimmer gehen. Äh, dann wollen wir mal. Er hat immer noch nichts über den Vogel gesagt. Aber gut, was will er uns darüber auch schon sagen. Großartig, ne? Und das ist das Turmzimmer. Ich kann hier rein. Ich kann jetzt auch einfach mal rein. Äh, irgendwelche Neuigkeiten? Du hast irgendwelche Neuigkeiten über deine Suche für die Al-Azif? Ah, gut. Du bist genau zu dem Punkt, diese Zeit. Ich empfehle dir das. Ich werde mir selbst darauf antworten, nur weil wir jetzt auf dem gleichen Seite sind. Aber... Bleib dir das selbst. Meine Suche ist vorbei. Wir haben es? Oh, was? Oh, was? You were quicker than me. Oh, don't blame yourself. You had no chance of getting the better of Sir Gregory. Well, at least I tried. So, tell me. Where did you find it? Would you believe that your mother gave it to Emily's twin sister before we arrived on the island? Apparently, she asked her to hide it and once she had done so, your mother intended to kill her. But Emma, Emily's sister, survived. Sir Gregory realized this and hid her in his apartment to tend to her without anyone knowing. When she came around, Emma rallied to Sir Gregory and told him where the Al-Azif was. And, uh... That was it. It's one good thing. Done and dusted. Oh, I wanted my hand to here. Is anything wrong? Oh, well, uh... If I were you, Louis, I would be careful. Emma is still alive. And when your mother turns up, I wouldn't be surprised if she considers she has a score to settle with her. You're right. It's quite probable. I think that Sir Gregory will do all he can to calm the situation down. But... There's no guaranteeing that she won't find a way of taking her revenge on your mother. However... Keep it to yourself. We never spoke to each other. Thank you for this information, sir. Oh, don't mention it, Louis. It's natural. We are playing on the same side now. You can always count on me. On that note, I don't want to take up anymore your time. Oh, not at all, Louis. Come back whenever you want. I'll see you later. Okay. Ähm... Ich hätte noch ein bisschen was anderes quaddeln können, eigentlich außer das. Aber gut. Schauen wir mal, was wir sonst noch hier so alles finden. Also mit wem wir sonst noch reden können. Wessen Zimmer ist das? Ach, das kann nur von der einen das Zimmer sein. Obwohl... Äh, oder? Ich tritt einfach mal ein. Briefe, Briefe, Briefe. Ich dachte, hier würde noch irgendwie was rumfliegen. Außer Briefe nichts. Ach mein Gott, der Papst sitzt da. Also ich sage immer Papst. Das ist ja eigentlich nur so eine Art Bischof oder so, ne? Ihr Eminence. Ah, Louis. Well done, my son. You may well have saved our lives. Who knows what that madman was capable of. It was a reflex reaction. And modest as well. Sarah would be proud of you. Sigh. It's not going to help matters for Mortimer. Now he has one less vote for the confidence. Ah, dieser Mistkiller hat seine Interessen nicht aus den Augen verloren. Ah, I see his Eminence is able to identify a good opportunity in every situation. Now, what do you expect, Louis? The benefit of age. You'll see. You'll learn with time. Except if I find it disgusting. But, even with such a setback, I'd still be wary of Mortimer. I sense he has still a few surprises in store for us. Oh, I fully agree with you. I've been told about Washington. Congratulations, Louis. I must admit though, when I first saw you, I would never have put money on you succeeding. Well, I was wrong. Thank you, your Eminence. On that note, I shall leave you, Louis. I see you later. Okay. See you later. Gucken wir mal hier rein. Der ist gar nicht da. Oh. Oh, wie weit wir hier gehen können, ey. Wo bin ich jetzt? Wo lande ich jetzt? Das ist ja nicht mehr sein Zimmer. Aber. Dritten Buchstaben ändern. Ersten Buchstaben. Wissen einsetzen. Hahaha. Gut, ich habe kein Wissen, was das angeht. Wo bin ich denn jetzt hier? In welchem Raum? Ach, in dem Wollner da. Ach, gucke mal. Ist ja nett. Muss jetzt wieder so rum gehen. Ah, jetzt verstehe ich das hier auch alles. So, das war Washington da? Nee, Washington war hier. Der war ja nicht da. So, und hier haben wir nichts. Das könnte... Ja gut, der ist ja eh nicht da, also kann ich jetzt nicht ins Zimmer gehen. Welches Zimmer ist das? Ach, unseres. Scheiße, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte erst mal gucken. Next time, I'll listen to my mother. And a day has gone by without something happening to me. What now? Emily. Louis, open up please. Coming Mr. President, I'm coming. Louis. Ah, there you are at last. Yes, I... I just saw your mother. She was accompanied by Emily. And they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh shit. Emily might want to avenge your sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Hä? Ich, äh, äh... Finde Emily. So, das ist unser Zimmer. Ich war ja, bin ja lang gelatscht. Und dann müsste ich hier weiter gehen. Ja gut, den... Da kann ich jetzt... Könnte ich jetzt betreten, aber... Ich knacke das Schloss so. Ich kann es öffnen. Ich kann es öffnen. Ich muss mit dem anderen Seite sein. Ich muss es nachher nachdenken. Ich muss noch ein Weg nach. Quick! Ich muss nachher nachdenken. Ich muss den Weg nachdenken. Ich kann mich nicht mehr sagen. Ich bin nicht der Mannen. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr verarsch. Ich bin nicht so schlimm. Emily, bist du da? Antwort ich mich? Emily? Emily? Scheiße, ich weiß nicht, wie ich... Ich könnte ja jetzt einfach versuchen, von einem anderen Zimmer reinzugehen. Und zwar hier vom Balkon aus. Das gibt's doch nicht! Ich hatte jetzt gerade überlegt, dass ich ja gerade auch über den Balkon gegangen bin. Boah! Boah! Spalt zwischen der Tür und Boden betrachten. Das Schloss betrachten. Den Spalt. Ja, genau. Das machen wir auch. Jetzt brauche ich nur sowas wie ein Stück Papier. Das hatten wir ja auch schon. Genau, und jetzt dran rütteln. Jawohl! Ich hätte es jetzt auch mit der Karte halt wieder zurück rausziehen können. Aber gut, da war jetzt keine Zeit für. So, ich bin da. Also, ich bin da. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Was hat sie mir gegeben? Wie hat Mortimer uns willkommen geheißen? Ja, aber... 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 Ja, okay... Ja, aber... Ja, der Meinung bin ich nämlich... Emily... Ja, aber... 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 Was ist das? Ich habe nicht gedacht, was ich? Natürlich nicht, Duke Godoy. Was ist passiert? Someone hat eine Band kommen von der Duchess' room. Sie ist nicht answerinend. Gentlemen, gehen zurück zu Ihren rooms. Go. Back. To. Your. Rooms. Ich werde von Lord Mortimer herausfinden, was das alles ist. Danke. Na gut, hier dürfen wir jetzt nicht rein. Aber ich muss ja eh nach unten. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich muss ja zur Crypto. Das heißt, ich muss ja jetzt erstmal irgendwie hier raus. Ich muss erstmal irgendwie in den Garten kommen. Die Frage ist nun wieder mal, wie. Ich finde mich hier noch nicht so zurecht in diesem Häuschen. Obwohl Haus gut gesagt ist. Oh, kann ich? Ich kann schon hier raus gehen. Äh, natürlich. Ähm. Komme ich denn jetzt hier rein? So nicht. Hm. Upsala. Ne. Hä? So. 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 Tada. So, jetzt treffen wir erstmal unsere Mutter. Louis. At last. There you are. Mother. Wait. Come. We have to be quick. No. Wait. Mother. I. Time is running out, Louis. First we must... First we must... No. That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You are the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only. Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe. But what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goats' legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes. They are capable of going from one body to another as they see fit. And two of them are present on this island. Right. So let me guess. Mortimer and Home, Washington Bonaparte, der bin Putzemann und der Weihnachtsmann von Wollner und Godoy. Mortimer and Home. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No. Even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Al-Azif, I was persuaded that Don Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error. An error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Wollner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things. But I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis. Not just those two. Mother, have you any proof to support any of this? Of course. But you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Nicht auf ihre Fantastereien hören. Mother, I shan't follow you down that path. I wouldn't be doing you any favors. Rational and open, Louis. Tell me then, how can anyone own properties all over the world for centuries, always having signed documents with the same signature? Well, I can find ten other explanations less eccentric than demonic possession, Mother. How come the Mortimers have had only one male heir for each generation since the Third Crusade? Forgery, family rights, where they get rid of the daughter. There are dozens of less extravagant possibilities. How could one man motivate so many future leading figures of the day on his silly island without anyone finding out about it? Even the Golden Order isn't capable of that. Well, he's simply better than us, and he's welcome to it. You refuse to open your eyes, Louis. You've lost your objectivity, Mother. I saw him. What do you mean, you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of seven parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before. Developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle, composed of all the major names in the occult world, to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. Mortimer? You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about sixty years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages, until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least, I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him, and let him teach me, allow him to bring me up. Nein, sie muss ihn zurückgewiesen haben. Sie hat eingewilligt. And you accepted. Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. Three years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost six members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. Eight years ago, in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. Investieren. You agreed. And that was before you spoke to me about demons. Wait. The baby we delivered? You and me? That night, in Venice? Did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Alizif in Paris, I followed von Borchert's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days. Until I caught on. Until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis. And if we don't want to spend the rest of our lives turning around in circles here, we must absolutely get off this island. Alright, can we move on? Wait a minute. One last thing. Ja, noch eine letzte Sache, aber ich muss jetzt leider Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.